Ihr Vorname ist Layla, Nachname Furry. Korrekt? Ja. Sie haben Glück. Ich kann Sie sofort gebrauchen. Ihr erster Einsatzort ist ein Spielcasino. Wann denn so ein paar Tage bei dir bleiben? Kann er nicht zu deiner Mutter gehen? Kann ich Ihnen helfen? Worum geht's? Was mach ich bloß mit dir, wenn Sie mich festnehmen? Bist du mir nah? Haben Sie schon Erfahrungen im Casinogeschäft? Nein. Ich brauche die Unterlagen von seinem Telefonvertrag. Klingelt es, wenn du anrufst? Mailbox. Für solche Leute ist ein Leben überhaupt nichts wert. Wir töten alles, was ihnen unter die Hände kommt. Cain, du kannst da nicht runterspringen. Du sollst es ihr nicht sagen. Für wen ist die Kerze? Für den toten Mann. Woher hast du das? Wo hast du es gefunden? Hatten Sie je Kontakt zu meinem Vater? Nein. Ich werde nichts verraten, Mama. Großes Ehrenwort. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass Sie mir was verheimlichen? Cain! Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020